Jo meine Freunde, hier ist noch mal die gleiche Spielerliste und dieses Mal mit einem anderen Testobjekt namens Basso. Man sieht, ob dieses Testobjekt klüger ist als der Vorgänger. Kleiner Witz am Rande. Testobjekt 1 war ja Connor und Testobjekt 2 ist der Basso. Hat Connor umgeholt? Nö. Ich weiß, welche Geräusche ich nehme. Das hast du auch schon. Ey, du hast meinen T20 fast weggenommen. Okay, nicht rammeln. Na doch. Nein. Aua. Okay, welche Ströchen hast du genommen? Hier. Was hast du genommen? Wuh. Alter. Oh Gott. Klug. Schön. Schön. Klug gemacht, ne? Schon getrollt. Schon getrollt. Ha. Sag ich nur ab. Ja, das ist einfach ein anderer Ströchen. Ich trabe das Ströchen. Nein. Die Weiße. Scheiße. Scheiße, ja davon ist ein Ausgang. Aber besser. Aber besser. Aber siehst du, hier geht es richtig tief runter. Wow, 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 wow. Testobjekt. Ja. Bist du, du mach mal einen Test. Oh ne, ich bin grad voll am Ziel vorbei gefahren. Nein. Was, du ziehtest? Oh, hier sind zwei Wege. Hier sind zwei Wege. Bitte mach jetzt ja keinen Scheiß. Hier sind zwei Wege, hier sind zwei Wege. Welchen Weg soll ich nehmen? Krümel, jetzt hör mal auf, Alter. Na, hast du den Weg gefunden? Äh, ich fahr grad noch. Also bist du immer noch in der Röhre drinne? Ja. Oh, hier muss ich springen. Geil. Tyranimo C. Ich hab die Röhre. Ich bin falsch. Ich. Bei der weißen Röhre ist irgendwie was. Kleiner Hinweis. Hinweise darf ich, gebe ich nur ein Testobjekt, aber nicht jeden. Ich hab auch gesehen, wie du da einfach runtergesprungen bist und auf die andere Röhre wolltest. So, da war's Fail, da bist du immer runtergeflogen. Weiter hab ich dich bei der Röhre. Wow. Jo. Da. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, ich steh. Lol. Hat selbst runtergegangen. Alles klar. Grüß gehen. Ich bin schon, ne? Da. Ja. Ah, ich hab den Weg gefunden. Ich hab den Weg gefunden. Lol. Und welcher? Das ist der Weiße. Du musst aber halt nicht da runterfahren. Du musst einfach weiterfahren. Hab's geschafft. Äh. Doch, ne? Was ist hier ist da unten? Mach mir schon was. Ah, ich mach so ein Beshmu. Ich mach so ein Beshmu, alt. Geil. Doch, die weiße, doch die weiße Röhre. Aber du musst halt dann nur springen. Im Ende. Ich weiß, wo der Ziel ist. Ah, da unten. Ich hab's. Ich hab gewonnen. Noch nicht reinfahren. Ich hab gewonnen, alter. Wuhuu. Ich hab's gewonnen. Weiße Röhre, aber nicht da runterfliegen. Aber weil... Glückwunsch. Zug Club war der vorige Testobjekt auch. Ja. Ich hab's gewonnen. So. Mach Partner. Ja. Und jetzt. Und jetzt einfach weiterfahren. Nicht da runterfahren. Wuhuu. Wuhuu. Oh. Perfekt eingeparkt. Ein besserer Partner immer. Du bist erster. Geiler Scheiße. Das war Rennummer 1. Und... Und Testobjekt 1 war geliefert. Genau so klug. Ist er auch einfach weitergefahren. Der hat's auch... Absorbiert. Magst du Warwhites? Ja. Mal gucken, ob ich das hinbekomme überhaupt. So. Mal sehen, ob du erster wirst. Das nächste Level ist 100 pro Jungs mit Warwhites. 100 pro. Ah. Ist das... Ist das was mit Fahrrädern? Oder was mit... Äh... Ne. Alles mit Autos. Okay. Oh Gott. Ich heiße Warwhites. Ich kann die nicht. Chaos... Hardtroll. Ah. Das ist ein Troll... Äh... Spielerliste, ne? Na. Ich bin getrollt von dir. Oh ne. Okay. Mal gucken, wie das alles so abgeht wird. Ey, du hast mir fast meinen Nachbar-Auto geklaut. Du... Ja, ist so gut. Du hast... Du magst wohl meine Autos. Hey, gibt's doch aber keine Warwhites. Alter, ist das Level geil! Ich seh's jetzt schon kommen, Alter. Na, hat dein Pischwanzig auch? Turbo! Ja. Meiner ist komplett aufgerüstet. Ja, meine. Oh. Hätte das für ne Panze. Oh. 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 Ja, ich seh's. Ne. Dumm. LOL. Mach schnell, Panas Erster. Mein Pischwanzig ist doch... Conor hat sowieso sein... Conor hat bei der Spielerliste dann selber gesagt, ich hab seinen Ruf kaputt gemacht in GTA 5. Warum? Weil ich das Rennen gewonnen hab, weil ich die Lichte gewonnen hab. LOL. Gegen Conor. Gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Warum? Ich hab doch den Wegpunkt eingesetzt! LOL! Wegpunkt vor allen Dingen. Boah, nochmal alles von vorne! Nee, egal. Echt. Ich bin beim... Ich hab's... Bisher. Ich bin in ner grünen Röhre. Schön getreut von mir, oder? Ach, die, 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 äh, die Spirale Dings da, die Gepinkdinger. No, die hab ich schon hinter mir. Ja, ich hab's endlich mal geschafft, ey. So, lasst du das. Ich bin auch gleich bei der Gruppe, oder? Alt! Hä? Wie troll, wie trollig ist das denn? So ein Troll, alter. Hämst du da direkt drüber gesprungen? Ah, man darf also kein Looping machen, meinste? Scheiße. Was? Hauptsache, das Level macht Spaß. Hämst du? Wach? Hämst du? Ich hab... Ist das... Ist das Banngefahr? Ne, das letzte aber vielleicht. aber auch egal ich habe das sowieso hochgeladen der erste der sicherlich gebannt werden ich bin ich immer ja heute weiß auch draußen ich war gerade so weit es ist so bescheuert war fast nein nein du bist aber schon weiter als ich ne ne ich muss wieder von vorne ich habe den punkt nicht getroffen denkst du ab ob du besser besser oder nicht wenn du diese spieler lichter gewinnt ne bist du besser als vorne ich bin so ich bin so dumm alter ich krieg das nicht hin ist ohne witz ich dachte du bist immer der bessere geht auf dem fahrer mann ich ich komme nie auf die spiralenkleid ohne witz alle die facken mich facken so richtig ab ich kriege halt erstmal ego-perspektive für das ja so geht es mir nicht besser ich habe gerade das geschwärter ohne ich habe es geschafft ich habe es geschafft ego also wenn du dieses level machst hier gerade was ich gerade gemacht habe mit diesem dicken da immer immer dicks oh mein gott spirale ich hatte das aber ohne ego gemacht echt alles klar aber mit ego ist es einfacher ich mache gerade die spirale pass auf bei der grünen röre musst du schließlich aufpassen ok ok das ist jetzt glaube ich da gibt es dann löscher also jetzt kommt genau so eine röre also so eine röre mit so einem loch das ist das richtig ein troll ey oh hier oh mein gott ich fliege ja ich fall genau ins loch ein oh mein gott ich habe es überlebt ich habe es überlebt ich habe es überlebt ich habe es überlebt irgendwie müssen wir hier respawnen zu doof irgendwie müssen wir hier respawnen zu doof alter bei der letzten bei dieser röre wohlspill musst du irgendwie zu respawnen irgendwie muss man hier in dieser fache respawnen respawnen man muss immer außen gucken ist das ein troll level ne außen ist auch nicht wir müssen hier dran irgendwie respawnen dann ah wir müssen bis ganz an die wand wir müssen an die wand klatschen vielleicht geht es ja dann komm na oh gott wow hat ihr das geschafft ja es ist zu schaffen also das heißt dass man hier respawnen müssen dann das heißt dass man hier respawnen müssen dann ich weiß es ich weiß es ich weiß es ich weiß es oh fuck ich falle weißt du wo weißt du wo man respawnen müssen ja an der wand irgendwo irgendwo links dort wo du den spawnpunkt siehst was scheiße war scheiße ne das ist irgendwo gut ne das ist aber oben ja ich bin schon kaputt ne das ist die lawine dann ach doch ne Es ist machbar, da hochzukommen, aber ich frage jetzt, wie muss man da hochkommen? Alter, Kickflip! Kickflip! Alles klar, wie hast du das geschafft? Sackgebe! Irgendwie musst du ganz oben respawnen. Hä? Es ist einfach hochgefahren und dann respawn. Bitte überprüfen Sie diesen verfickten Controller. Danke. Danke. Okay. Warte, ich muss noch ein Torerzeug. Ich muss jetzt War-Wide fahren lernen. War-Wide. Okay, ich gucke nicht nach. Bitte bleib, bitte bleib, bitte bleib! Nein! Nein! Ich weiß, dass ich das immer hingekriegt habe. Die ganze Spieler-Liste. Bei mir geht das nicht, ich kann nur respawnen. Irgendwie, wenn da so ein komisches Geräusch war, aber es respawnen. Fast endlich. Ich habe hier Zwerchacher-Probleme, eisst du gerade. Ja, ich musste nicht dieses behinderte Level durchkommen. Was macht behinder das? Mal los. Mal los. Mal los. Mal los, was gehörende Pass choose? Ja. Klar. Ja, das kam am Anfang das hat mir irgendwie Bock gemacht, aber dass hier... Wenn ich oben bin, beend ich sofort, okay? wenn ich das hinkriege wieder, ok? Bazo ziemlich mutig von dir das auch zu probieren Ey, gibts doch ne Ich beende es dann wenn ich beim letzten Punkt bin ok? Nein! Wie du jetzt abgeschissen kannst, alter ich versteh das Spiel nicht oder zumindest das Level Bruh Ich... Ich... Ich kann nichts dafür eigentlich Nein, nicht runterfahren Ich bin nicht... Ich glaub ich hab ne Idee Ich glaub ich hab ne Idee Nein, bitte wenn ich zumazoie bin Nein! Nein, 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 nein! ich hab ne Idee ich beenden, bitte alter ich habe eine idee ganz vorsichtig ganz und als du es gesagt ich hab's ich hab's ich hab's glaube ich glaube ich glaube ich ich hab's geschafft nice oh rollriden oh ne geht's da weiter du musst irgendwie hochfahren und beim grün musst du dir Mühe geben ja sagt genau der richtige oder der sonst nie wo weit gefahren ist sagt derjenige der schlechten wo weit ist also ich es kann nicht so gut wo weit fahren ja nicht genau so ne 6 auf jeden fall dass die level noch nicht beenden okay na doch ist wenn ich erster bin nein nein das ist sowieso lecker ach ich bin da einfach nicht hoch ne guck bitte bitte ich bin bei den grünen ja ja nein wie kann so ein Outlast abschießen wie das T20 ist so schnell der kommt da gar nicht hoch zu dem grün ne ja ich hätte fast den punkte gehabt oh ne ich ich will gleich oben ich will gleich oben gewesen ne hat einfach nicht gezählt so ein Scheißdreck aber trotzdem macht dir das Rennen Spaß oder ne ja hab ich gut wuh manne manne Herausforderung oder wo 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 alter ja was muss man hier machen binde die Röhre binde die Röhre oh Gott irgendeine ist die Richtige oh Gott bitte kack gehts ja nicht ab wuhuu Alter mein Auto kackt hier gleich ab ne oh ne alter Alter das ist die falsche das ist die falsche Röhre die ich gerade fahre die rechte warst du gefahren ne ja die ist die richtige die andere ist richtig wow Alter ich wollte ja mit volles mit durchheizen auf einmal jetzt müssen wir noch mal ein wo weit ist drinne noch eins ja aber ein leichterer ja man muss ja jeden loopig fahren lol scheiße ey ich wollte dich ich wollte dich einmal lenken ne bist du beim roten ne noch ne wow oh mein Gott oh mein Gott nein oh Alter ich muss den ganzen Scheiß ummachen easy oder aber ich wäre gleich beim ja aber ich wäre gleich beim roten gewesen ah das ist der roll ok sag mir wenn ich reinfahren darf ist der roll roll schwer oder leicht der roter ist leichter als der vorige ja gut danke für den grandiosen tipp ich lass mir Zeit ja lass dir bitte Zeit ich aber ich ich geh mir gleich den ersten platz Testobjekt ok ok oh mein Gott ey das gibt's nicht ich knall die ganze Zeit gegen diese verfickten Wangen ach man äh wo bist du ich bin grad äh wieder bei der Strecke am Ende der Strecke musst du auch langsam fahren ach so ja ok alter aber dieses Testobjekt ist auch nicht so unterschätzen bei Rents ja ich bin nicht so gut bei Rents wie so wie eigentlich geplant also ich dachte das weißt du doch habe früher habe ich Susanne das auch kennengelernt du warst immer auf den ersten ne nicht immer ich bin ich bin nicht mehr so der Renntyp ich fahr nicht mehr so viel Rennen ich weiß schon aber trotzdem gibt's ja ich hab's endlich geschafft ich hab's geschafft ich hab's geschafft darf ich rein fahren oder noch nicht ja ja kannst du nach dem roten kommt nix mehr gefährliches jetzt ich krieg das sowieso nix mehr ich schaff das nix mehr im notfall markierst du doch mal das dann ok mann ey ich hasse den ich hasse warrides Alter die facken so ab ist ja sowieso der letzte hoch ich war nicht der scheiß warride hier hat Conor das geschafft na boah aber aber Conor hat trotzdem der noch verloren und so habe ich dann in den letzten in die in den letzten drei den rasiert ok nächstes level was ist das warte warte entweder das es ist nochmal was mit den Röhren oder das vierte war das mit den Röhren immer Röhren waren noch dabei Alter man hört übelst wie du sauft ey Alter ich freu mich so mit und was sagst du bist ja so spielerliste habe ich mir mal runter gelernt von den sozialen Rockstar Gameshows und und das und dann kriege ich Mock in die Meldung und dann habe ich 5 gebahnt ah da ist der Punkt klug gemacht so so klug war sogar Conor noch nicht das der Punkt hinten macht ich Waffen freigegeben Waffen freigegeben hä Waffen freigegeben oh wir können mit dem Stolen schießen scheiße das rennen wird aber ohne Bichtungen gemacht ok halt halt alles klar ich komm ja das war das jetzt glaube ich mit den Röhren voll gedruckt voll gedruckt ja ich bin auch voll gegen die Gsaut im getracht alter pass mal auf das letzte Rennen auf mein bester Kollege pass mal auf das letzte Rennen auf mein bester Kollege ich nenne das Video dann Test Objekt 2 3 höh huh Of das Hey der 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 stinkefinger nö ich geh morgen wieder das war mir vom 3er geholt da lässt du mich schon wieder allein ich kann mir ja Zeit lassen ich kann mir ja Zeit lassen lässt dir Zeit dabei ob sich dieser Spieler besser sich ernst stellt als Connor wer weiß wenn er diese Spielerliste gewinnt ist er besser als Connor ich bin genau über den Punkt ja guck mal ich muss mich gleich wieder eignen ich bin auch genau drüber geblieben und war so gut ja das ist das mit dem Röhren und nee es war irgendwo eine vierte Röhre eine vierte sagst du ob das die linke oder die rechte ist weiß ich noch nicht mehr ich geh jetzt einfach mal da wo der Blick ist ja ok davon ist Saka so scheiße ich guck trotzdem aber da ist Saka so jetzt verstehe ich das Rennen wieder was so das ist die vierte Röhre wo Steine drin ist oh ich hab's gefunden lass mir aber den ersten Platz ist das ok hält doch ne hä ist doch was bescheiden die vierte Röhre von rechts alles klar die vierte Röhre von rechts maaaann was mag ich denn das geil boah die Kamera ist richtig scheiße warte warte ja ja da musst du oh nö warte ich will das Spiel mich abfucken alter scheiß Spiele und dann musstest du nur einfach nach links und dann bist du draußen nach der Röhre und dann einfach rechts siehst du dann das Ziel ich check das nicht ich glaub von Rockstar Games will das ist das ich verliere scheiß Spiele Game Jo siehst du siehst du ich hab's nicht ich hab's so 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 hört ja auch die andere Meinungen auf mein Kanal was andere spieler zu dieser spieler lässt zu sagen okay dieses level spiel ich nie wieder mein leben alter das ist so abfackend ey ist bescheuert wie fandest du die meisten rennt das erste fand ich geil und das was wir jetzt spielen und das letzte musst du musst du erst keine frage das muss dir geil sein wir sind einfach in der luft wir fahren in der luft ey du bist vorgekommen nicht in der luft also wir müssen den weg suchen oder was ja du warst er und dann ist es du kommst du musst aufs blaue du musst das du musst auf das blaue dinge da drauf denn der punkt ist auf dem hellblauen hä warte mal hier musst du du musst auf die halbe blauen ich habe 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 es vergessen du musst auf die hellblaue du musst auf die hellblaue ja ich sehe sie ja 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 was was wo 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 und was sagst du zu diesem renn bisher ja bisher ist es ganz gut eigentlich der macht schon alles pass auf dass du nicht reingelegt wirst in diesem renn hä fällt man nicht rein in die linke röhre dann bei hellblau und da musst du aufpassen dass es gibt so eine geheime röhre und eine platzform ok wow alter welchen weg soll ich jetzt gehen bei der blauen röhre links und da musst du und dann fährst du in gar keine röhre rein auch ne ich fahr die ganze gegen diese behinderten dinger da das fand mich abgrat mein schönes auto ja meins genau so alter meins hat die düsten kratzen aber nicht so extrem wie meins und dann wenn du oben bist fahr langsam vorwärts zwischen den röhren ok da ist dann eine platzform und du musst dann auf die platzform drauf ok kein weg du musst runter gehen langsam geradeaus da ist noch eine plattform und dann eine dunkle röhre da unten schaff ich das schon ja ich schaff das also nächster part ist ich hab's geschafft nächster part ist du musst nicht den wo weit fahren ok muss ich nicht ne oh gottes willen du musst hier an der seite schon lang fahren auf diese komische plattform ok ja ich ignorier den wo weiter ich deco ja ist ok oh 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 nice sauber gelandet oh mein gott oh mein gott ich bin genau drüber geflogen das kam nochmal alles von vorne und das rennen ist einer der einfachsten aus der Spielerliste ne passu jep aber schöner warweit Leute, ich bin gerade richtig aufgekommen und mein Auto hat einfach einen Kratzer. Sag mir, wann ich reinfahren darf. Nee, noch nicht. Ich will jetzt mal den ersten Platz belegen. Ich will mal den ersten Platz. Nö, ich ja. Ja, dann sagst du wieder, dass Connor wieder besser ist als ich. Das ist wieder bescheuert. Nö. Na doch. Wir müssen schon an die Regeln halten. Ja, aber das ist doof, wenn du die ganze Zeit erzelt Platz bist, aber gibt es weniger Lohn für mich. Das ist dir aber schon bewusst, ne? Wo bist du beim... Ich glaube, er bleibt von der Plattform. Morden, nee. Oder? Ja! Ja, trotzdem, nee. Okay? Doch, du bist Erster. Dass ich Erster bin, okay? Nein. Doch. Ich habe extra auf dich gewartet. Ja, und trotzdem. Ja, trotzdem. Du warst die ganze Zeit so Erster. So wie du... Trotzdem, ich habe dir zumindest eine Chance gelassen. Ja, du wirst ja die ganze Zeit nur wieder Erster werden. Du bist so wieder behindert. Nö. Guck, du hast schon wieder die meisten Punkte. 42, Alter. Das gibt's doch nicht. Nee. Hm. Woher soll ich wissen, aber... Ich bin doch eigentlich nicht... Das lässt das Rennen. Lässt dir mal das Rennen vor. Okay? Okay. 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 YouTube ist ein... Cosmods. Gemottetes Rennen. Das Rennen... Spätestens dann... Spätestens dann... Mit dem Windmühlen dann... Ab. Zumindest ist dies... Und... glaubst du es mir nun, dass das dann gemordet ist? Ja. Überleg, wo du langfährst. Brrrr. Ah fuck. Brrrr. Was ist das denn? Uns ist wache Mauer. Pass auf, dass du ne verreckst die... Oh, Riesenrad. Juhu. Brrrr. Alter. Ha ha ha. Er fährt erst mal raus. Ha 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 ha. Bin zu krass. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Aber ich sehe da so ne ungesprache Wand. Wirklich? Ja. Ich hab's geschafft. What the fuck? Lol. Ey, das ist Modeln. What the fuck? Check ich doch, was das... Dass das Ring gemattet ist. Aber ich glaub das wurde auf der PS3 gemacht. Brrrr. Lol. Ich schwebe. Ey, was ist das? Das ist Prank. Okay. Ah, da sieht man's. Guck mal. Alter. Willst du dann auf Wasser fahren? Ja. In diesem Ring kann man über Wasser fahren. Achtung. Loll. Ich schaff das. Das fack dich dann. Ich schaff das. Ich schaff das. Das kann dich dann zum abfucken bringen, okay? Passt. What the fuck? Ich wollte übrigens nach hinten geschleudert. Was? Ich war letztendlich psychisch. High Speed! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aua. Und wie findest du bisher das gemattete Rennen? Wow! Nein! Bitte! Weil ich spüre wann die Dinger kommen und erahne den nächsten Spielzug. Fahr immer außerhalb an dem Rand. So, Passo. Du kriegst mein Weihnachtsbaum als Geschenk. Ja, ich hab's geschafft! Oh Gott! Servus! Du musst dann noch mal so rückfahren. Denn gleich sind wir. Fuck! Ich hab's gar nicht probiert. Ne, ich habe nie gespawnt. Und was ist das? Wow! Wut! Digga! Alter, Frank geht auch nicht so gut. Das gehört doch in GTA 5 dazu. Alle Jahre wieder. Was ist das? Nein! Und wie findest du das? Ich fahre mit High Speed durch! Wow! Brrrr! Brrrr! Hast du's gesagt, Diggi? Ne, doch nicht. What the fuck! Ich bin mir bis nach oben gesteckt. Mann, die werden zu Z immer schneller. Du bist School ó. Wow! Alter! Hast du's geschafft, Diggi? No. Es kommt noch mal ne uns.. Geil! Es kommt noch mal ne unsichtbare Rampe. Die pranken mich alle! Es ist aber kein Blank, du kannst das Rennen extra markieren und du weißt ja wie das Rennen heißt. Oh mein Gott, ich hab's komplett durchgeschafft, ich hab's komplett durchgeschafft. Na, gefällt dir das Rennen? Ja. Soll ich so welche Mod-Renns immer runterladen? Wo? Also, schreibt mal eure Kommentare hin, welches Testobjekt für das nächste Mod-Renn zugelassen wird. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren reinschreiben. Welches Testobjekt das beste Objekt ist für meine gemoddeten Renns. Wir machen aber auch einmal ein Video mit zwei Testobjekten. Alter, gibt's schon wieder War-Ride? Nee, es gibt keine. Gut. Lol, hier gibt's jeder so ne richtig beschissene, unsinnbare Wand. Da, und nach Marieschenrad fahren. Hier gibt's unsinnbare Wand, ich weiß nicht, was du beschissen hast. Du musst komplett nach links. Ah. Punkt, klack, 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 klack. Mach die Punkte bei mir grad. Oh Gott. Pass auf. Aber ich, aber ich glaub, das ist so ein Typ, der das auf der PS3 gemordet hat und das, äh, Game, also dieses Team, äh, auf die PS4 gebracht wurde. Ach so, du kennst doch noch, da, es gibt doch diese, ähm, früher mal diese 1K-Shops, ne? Die 1.000 pro Kill machen. Und, dieser, eine YouTuber, ne? Also, Kamer, Kameramots, oder wie der auch heißt, ne? Der hat das entwickelt, das Rennen. Also, Kameramots, das müsste, glaub ich, ein YouTuber, glaub ich, den muss ich mal gucken, ob ich den find's noch. Wenn nicht, dann kann ich den, ganz einfach, paar Rennen von dem runterladen. Weil, ich glaub, der hat das über die PS3 oder PC gemordet, dann hat er das auf so einem Stick getan und dann über die PS4 hinzugefugt. Weil, man kann auf der PS4 hinzugefugt, das geht, ne? Nö, aber das Rennen ist schon gemordet, oder? Ja, ich glaub, der hat das auf PC oder PS3 gemacht, wer weiß. Alter, das gibt's nie. Soll ich, soll ich noch nach, so wissen, wie erklärst du diese 1K-Shops? Ich hab die noch nie gespielt, wirklich jetzt. Ne, wirklich jetzt. Ich hatte die mal gespielt, einmal mit Yenix und mit anderen. Okay. Da hat man pro Kill 1000 gekriegt. Alles klar. So, meine Freunde, jetzt geht's ins Sport. Wir dürfen jetzt Fische angeln. Oh ja. Ich fahre über Wasser. Das ist aber halt schon echt ein Wunder. Hä? Wie geht's denn? Mein Auto stecken geblieben? Nein, nein. Doch, ne? Mein Auto bleibt immer mal stecken. Ich hatte Angst gehabt zum Ertrinken. He, 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 he... Deswegen bist du zig-zag-Gelö... gefahren. Zig-zag-zig-zag-zig-zig-zig-zig! Wir müssen das noch so kommen zerstes machen, aber dieses Testobjekt war bisher einer meiner besten! Auf dem Kanal! Okay. Zeig ruhig deinen Mittelfinger und so. Zeig den! Mag zwar sein, dass du... Ich groß habe mir das eigentlich. 22.19. Mag zwar sein, dass man die Spielerlichte, dass du's nicht aufgerüstet, geschafft hast, ne? Aber du hast dir zugetraut. Respekt. Und Glückwunsch, dass du dabei warst. Testobjekt. Testobjekt Nummer 3. Ne, du bist Nummer 2. Ist doch keine Grammatik. Jetzt zeig nicht dein Mittelfinger, Alter. Wenn ich ihn da mittendrin zeige, dann boxe ich ihn mir eh in links und rechts. So meine Freunde, das war's einmal mit diesem Video auf meinem Kanal. Hoffentlich hat's euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, ein kostenloses Abo und und die Glocke an, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und das war's.